Wir kommen als Original zur Welt und wir gehen als Fälschung. Ich hatte das Gefühl, irgendwann in einer Nacht neu geboren zu werden. Wer warst du, bevor die Welt dir gesagt hat, wer du sein sollst? Das hat Martina mal zu mir gesagt und durch die Matrix Two Point Arbeit bin ich tatsächlich wieder zurück zu meinem Original gekommen. Ich habe so ein Grundvertrauen, dass mir nichts passieren kann. Mit Matrix geht es mir wunderbar. Diese Energie, die bei uns im Haus herrscht, davon bekomme ich jeden Tag was ab. Mit Matrix Two Point unterstützen wir einfach, dass mehr Energie, mehr Vorfreude, mehr Überzeugung, mehr Leidenschaft auf dein Ziel gelenkt wird. Wie effektiv, wie knackig und wie schnell die Umsetzung zum Ziel führt, das ist das, was mich immer noch begeistert und was mich auch immer noch überrascht, dass es tatsächlich so geht. Wenn man bestimmte Probleme hat, ist es erstmal schwierig, das zu lösen. Es kann sehr schmerzhaft sein. Denkmuster, die mich blockiert haben, vor allem beruflich. Warum klappt das bei manchen Menschen einfach besser als bei mir? Du veränderst dich, du passt dich an, du verbiegst dich. Durch die Anwendung dieser Methode kommen wir mehr und mehr zurück zum Original. Das heißt, wir entwickeln uns, wir entfalten uns, wir entdecken unsere Potenziale, wir entdecken im Grunde genommen das, was in uns steckt. Die Arbeit daran mit Martina ist auf so vielfältige Weise so leicht und doch so konstruktiv. Das Herz ist auch aufgegangen, genau. Diese Lokale, die ich eigentlich schon seit meiner Kindheit hatte, hat sich plötzlich aufgelöst. Ja, ich bin verliebt. Ich habe jetzt viel mehr Lebensfreude, Zuversicht, Vertrauen und auch Mut, Sachen einfach mal zu machen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Eine Matrix-Top-Point ist eine Methode. Und diese Methode ist genial und sie ist einfach und sie ist leicht und spielerisch. Das, was unsere Seminare aber ausmacht und wirklich uns ausmacht, das ist, dass unsere Lebensfreude so ansteckend wird. Musik 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 Musik